ja super wenn man schon immer nur so einen scheiß machen mehr oder jetzt können wir das alles nochmal neu machen keinen keinen na sorry das ist jetzt schon das ist jetzt schon ja super scheiß tut den rauch kann ich den hinten nicht sehen das so es regt mich jetzt schon wieder drauf das war nicht nicht geplant jetzt bin ich jetzt schieße ich schon wieder schlecht und ich sehe dann auch wieder nichts mehr kommt alle durch her ich habe für jeden von euch eine Kugel jetzt haben sie mich aufs Metall oder warum schäber das hier so geil maus 1 werfen maus 1 werfen maus 1 werfen maus 1 werfen einwandfrei kann es nicht einfach immer so laufen ach ein wenig mehr Schuss kann ich noch brauchen Munitionsnachschub ups nicht wieder runter nein 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 ach scheiße ist leer boah ziiiihihi ich habe das doch schön gemacht oh Gott der braucht mich manchmal lang zum nachladen nachladen fuck gesundheit kritisch gesundheit kritisch so auf jeden Fall ist hier noch irgendwo was los was los hm ok ok dann hoffen wir mal da noch und dann mal da noch und dann haben wir nämlich nur noch 60 Meter auf jeden Fall die sind wohl vor dem Aufprall ausgestiegen überprüfen sie die Fluchtkapseln wir suchen Gewebeproben eine gute Besatzung irgendwann in der Abend der muss okey das schaut mir nach ähm weg den relativen geballere ausschütte und ab gehts ich kann zu viel schießen wie du wolltest am Ende stirbt er eh aber jetzt kommen wir raus Kumpel jo, einwandfrei sind hier drei so Kapseln oder wie? hab ich das jetzt richtig verstanden? was haben wir denn hier? naja ich brauch nur die Munition eigentlich der Rest ist mir egal ich bin zufrieden so mit den Waffen wie ich sie zusammenstelle und jup ah ok scheiße da bin ich ja gerade hergekommen ha hab ich ey ich renne manchmal blind durch die Gegend das scheppert echt so f alien schote durchsuchen leer! überpulschen sie die andere! wir brauchen irgendeine Probe! so ich würde sagen wir gehen erstmal hoffentlich schaffen wir den Sprung jo einwandfrei ah nichts! ok die müssen runter in strass! so, ok gleich gleich wieder Munition mitnehmen ich hoffe mal dass es da unten jetzt nicht zu krass abgeht wenn ich überhaupt den Punkt mal sehen würde ach da unten ist er ja 11 Meter ich muss jetzt ohne das Ding durchgrabbeln sind sie da Profit? sie müssen da rein und proben aus dem Wrack holen wir suchen nach Leichen nach jedem genetischen Material das sie finden können mhm find deinen Weg ins Wrack ziel gesichtet! greift an! urbeschein! hier ist ein Rauchhinter! in der Mitte sofort hier immer noch hoch ziel gesichtet! greift an! hier im Sektor sicher den Nanos zu finden Luftunterstützung kommt durchhalte ich komm hier unten nicht drum oder? nein ich hab sie in der Nasen ok 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 let's get ready Alter ich glaub ich spinne jetzt wird verreckt nochmal Bumpel Zeitwitz boah zu Glück bin ich jetzt da nicht einfach rausgerannt also ohne ich frage mich bloß wo die herk- also ohne Deckung ah ohne fuck wie heißt es denn? ohne Stärke äh Panzermode genau und dann werd ich jetzt doch ganz schön aufgeschlüsselt schluss wie hat er mich jetzt gesehen? ich dachte das war unsichtbar Alter die Jungs wo kommt ihr da plötzlich alle her? Energie Niedrig auch ok der jetzt eine Energie sitzt da auch oh shit das wollte ich jetzt eigentlich nicht ich wollte jetzt eigentlich ich wollte jetzt eigentlich ich wollte jetzt eigentlich nur so einen geilen Jump hinlegen und den da so voll lässig mit wie heißt's diese Sprung hier Luft Tritt weg holen also aber ich will jetzt mal seine Waffe hier ausprobieren kann man hier x war Ding weil die streut bestimmt g'scheit aber ich nehm's ja mal mit kann mir ja vielleicht ganz könnte ja ganz praktisch beh hop halten oh oh schaffen wir das? maximale Panzerung also ich versuche und ab dafür jihau ok sie sind drin scannen sie den Rumpf ok ja wird wahrscheinlich nur noch einen Weg geben weil es irgendwie doch das muss das ist deswegen schade das ist wieder ziemlich linear ja boah oh man das ist menschliches Gewebe ne ich glaub's gleich das ist Menschen sie wurden eingeschmolzen ohne echtes Alien Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit raus da man ja ich will hier raus was hast du denn na gut geh mal wieder so wie im Rhein sind auch raus ups hallo ups scheiße ok seh nur geil hab ich gar nicht gewusst solche solche Moves können sie mir lieber ein wenig zeigen hm ok gut wie kommen wir dann hier raus also da nicht schau boah boah oh gott ich blind Fisch jetzt kommt davon wenn man sie auch nicht auf hat ja wie hat man immer so schön gesagt Augen auf im Straßenverkehr und auf der Arbeit noch viel mehr ok ooo ok was hat er jetzt mit uns vor gehabt So muss ich einfach mal in N Okay, das sind also die neuen Aliens So, da hatten wir Oh, was haben die da um? Scheiße, hätte ich lieber mal hinschauen sollen N Das ist ja eh nur voll Mach das auch mal in Hand Gott Was? Energie niedrig? Was hab ich da jetzt gemacht? Shit, okay Ah, ja Ah, ist ja Ah, ja